Wir haben im letzten Video über den Bullrun gesprochen und über das Chaos, was einen erwarten kann. Und da es so gut angekommen ist, würde ich mal sagen, wir widmen uns heute dem FAQ. Denn unter dem Video gab es einige coole Kommentare, auf die ich auf jeden Fall eingehen möchte. Und das heutige Thema spezifiziert sich natürlich direkt nochmal auf das Verkaufen, weil wir viele Probleme haben. Und ansonsten geht es darum, welche Kryptowährung wir im 9000 Abonnenten Special vorstellen werden. Und somit erstmal herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tekken Crypto. Freut mich, dass du dich auch heute wieder auf meinem Kanal verirrt hast. Ich würde mal sagen, wir gehen die Fragen hier ganz entspannt an, also lehn dich gerne zurück. Mehrwert gibt es natürlich trotzdem. Lass mir natürlich gerne noch ein Like, das hat mir gerne den Support. Und wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, natürlich auch gerne ein Abo da lassen. Hier findest du alles rund um das Thema Kryptowährungen, Kryptovorstellungen, Portfoliobewertungen und viele, viele weitere Themen. Und das an FAQ ist natürlich heute auch noch ein paar Cointracking-Fragen. Ansonsten würde ich mal sagen, wir starten direkt rein nach dem Disclaimer. Erstmal vielen Dank für die ganzen Glückwünsche unter dem Video hier. Da meinte ich auch, dass ich den Bachelor abgeschlossen habe, dass ich die Benotung bekommen habe und die Uni-Thematik auf jeden Fall durch ist. Und da kamen natürlich auch viele Kommentare bezüglich Dollar-Cost-Averaging, also Stück für Stück kaufen, beziehungsweise auch verkaufen, wie man am besten vorgeht. Und das thematisieren wir. Hier haben wir beispielsweise auch ein Kommentar, spannende Zeiten, habe den letzten Bullrun-Top erlebt, da schon Dollar-Cost-Average betrieben. Also natürlich nicht allzu ideal. Dennoch umso gespannter bin ich auf den kommenden Bullrun, denn ich habe Nähe des Bodens so viel eingekauft, wie es mir möglich war. Und jetzt bereite ich mich mental auf das Auscashen vor. Genau das ist meinetwegen auch natürlich der richtige Fahrplan. Videos wie diese helfen mir, das richtige Mindset dafür zu bekommen. Und genau deswegen thematisieren wir das Thema natürlich nochmal weiter. Bevor wir das tun, auch nochmal vielen Dank an die Glückwünsche für die 9000 Abonnenten. Und ich würde mal sagen, das ist eigentlich recht eindeutig, ich habe ja auch schon mal angesprochen, AI ist ein unglaubliches Hype-Thema und wird den nächsten Bullrun dominieren. Das sehen wir auch am BitTensor Tao, aktuell ein bisschen korrigiert, aber diese Anstiege sind nicht von dieser Welt und wir haben noch viele, viele weitere AI-Kryptowährungen. Und da habe ich auch schon mal geteasert, hey, wir könnten eine Kryptowährung vorstellen, die nicht bei einer Milliarde Market Cap ist, die unter 100 Millionen Market Cap ist, eine AI-Kryptowährung, aber dazu noch eine sehr, sehr wahrscheinlich wirklich starke Kryptowährung. Und viele meinten zu mir, hey, bin sehr gespannt auf deine Vorstellung und viele haben da auch Nachfrage, beispielsweise hier, danke für das ausführliche Video, welche 5 KI-Projekte würdest du empfehlen und viel Erfolg. Weiterhin, ich würde sagen, wir fokussieren uns erstmal auf eine weitere Kryptowährung neben BitTensor und dahingehend dann auch viele wirkliches Interesse, wir sehen es ja hier, da KI-Kryptos vermutlich das Thema am Bullrun werden, fände ich Vorstellungen von noch kleinen, unbekannten Projekt perfekt. 14 Likes, das zeigt natürlich auch da das Interesse, das heißt, ich habe es mir notiert, ich habe sogar schon Stichpunkte verfasst für das Video und es ist ein Projekt unter 100 Millionen Market Cap. Ich würde sagen, ich verrate es noch nicht, kleiner Teaser, wir haben es in den letzten Portfolio-Bewertungen irgendwo hier schon einmal erwähnt, schon einmal vorgestellt, eine noch recht unbekannte Kryptowährung, Market Cap unter 100 Millionen und für diejenigen, die in der Telegram-Gruppe mit drin sind, die sollten vielleicht schon wissen, welche Kryptowährung es ist, aber mehr werde ich nicht verraten. Wenn ihr da großes Interesse habt und nicht abwarten könnt, um welche Kryptowährung es sich handelt, dann checkt ansonsten gerne die Portfolio-Bewertungen aus oder Joint der Telegram-Gruppe. Somit hätten wir dieses AI-Hype-Thema abgehakt und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Hier haben wir noch einen Kommentar zu BitTensor Tao, da gehe ich mal ganz kurz drauf ein. Hier, zum Glück habe ich mir auch ein paar kaufen können, aber ich weiß nicht, wie ich diese wirklich sichern soll. Auf ein Hardware-Wallet, Ledger geht ja nicht, Polkadot-Wallet, wie mache ich das, das ist gerade etwas kompliziert. Ja, dazu wird auch noch ein Aufnahme-Video kommen, ein Tutorial-Video kommen, da bin ich tatsächlich auch gerade dabei, für euch die beste Wallet rauszusuchen, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind und wie ich das dann auch am besten mache. Und das möchte ich für euch alle strukturieren, das heißt ja, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt oder die AI-Kryptowährung oder die Casper-Vorstellung, dann natürlich auch gerne ein Abo da lassen. Das FAQ wollte ich nämlich auch dazu nutzen, um mal jeden auf dem aktuellen Stand zu bringen, weil natürlich auch viele den Kanal aktuell neu gefunden haben und dass ihr da einfach einen gewissen Fahrplan habt. Jetzt aber auch nochmal zum Thema des Videos und zwar haben mich auch viele Kommentare erreicht, finde ich recht krass, weil ich dachte, viele sind auch schon 1, 2, 3, 4, 5 Jahre mit dabei und wissen dann, wie es geht. Aber es sind offensichtlich auch viele Neuankömmlinge schon im Bärenmarkt mit dazugekommen und da gibt es viele Kommentare, die mich erreicht haben. Hey, kannst du bitte ein Tutorial machen, wie man richtig verkauft im Bullrun? Also verschiedene Szenarien. Zum Beispiel Verkauf geht nicht. Da zu viele verkaufen wollen, kenne mich null aus, weiß nur, wie man auf Kaufen oder Verkaufen klickt. Und das ist ein reales Problem und das wollte ich unbedingt mit thematisieren, insbesondere da es 15 Likes hatte. Das heißt, es ist nicht die einzige Person. Ganz, ganz wichtig und deswegen wollte ich dieses Video auch machen. Und ich nehme hier auch kein Blatt vom Mund. Du musst dich informieren. Das war auch ein Hauptthema dieses Videos, dass du dich auf das Chaos vorbereitest. Das heißt, wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann schau dir das gerne erstmal an. Meine Empfehlung. Und da gab es nämlich noch ein Kommentar. Ja, wie gesagt, nicht die einzige Person, die das Problem hat. Mal eine andere Frage. Wann weiß ich, wann ich verkaufen soll? Das finde ich noch schwer. Wäre schön, da mal eine Info zu hören. Und da wurde auch drunter geschrieben, hey, das ist die große Kunst, das weiß niemand. Und ich meinte auch schon in den vergangenen Videos, dass der Bärenmarkt, wenn man ihn richtig nutzt, eigentlich recht easy peasy ist. Weil man Dollar Cost Averaging ganz easy betreiben kann. Das Geld, was man hat, haut man in den Markt. Man schaut, welche Kryptowährungen aktuell günstig sind. Man kann sich eine Watchlist anlegen, die Kryptowährung ab und zu abchecken. Und wenn sie eben günstiger ist oder wenn eine Kryptowährung abgestraft wurde und man dann auch weiter akkumulieren möchte, dann kann man das natürlich ganz easy machen. Mit Cointracking hat man hier natürlich auch viele Optionen. Reporting, realisierte, unrealisierte Gewinne. Und da sieht man, was für ein Dollar Cost Averaging man am Start hat, welche Kryptowährung man noch abschließen möchte. Und dahingehend ist das Einkaufen wirklich easy. Das Verkaufen ist schwierig, weil im Burren ist alles teuer. Da muss man dann schauen, gut, lohnt es sich überhaupt noch einzukaufen? Möchte man hier ganz kurz ein 2x mitnehmen? Was ist das Risiko? Das heißt, Risk to Reward Ratio ist natürlich im Bärenmarkt deutlich easier, deutlich einfacher. Da ist es fast schon garantiert, in Anführungszeichen, dass man früher oder später Gewinne mitnimmt. Mit dem richtigen Mindset, mit den richtigen Investitionen. Und genau darauf wollte ich eben aufmerksam machen. Ja, denn Verkaufen ist wirklich schwierig. Und am Beispiel von BitTensor Tao meinte ich ja auch, gut, wer traut sich denn aktuell hier zu verkaufen? Und genau deswegen auch nochmal hier der Disclaimer, bitte informiere dich über den Markt, informiere dich über deine Kryptowährungen. Das heißt, schau nach, wie der Markt aktuell sich verhält. Ob Geld mit dazu kommt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, die totale Market Cap des Kryptomarktes. Denn wir sehen, hier kommt Geld mit in den Markt rein, aber aktuell stagniert es sogar. Wie wir sehen, seit dem 9. November ist die Market Cap mehr oder weniger gleich. Was heißt das? Kein neues Geld kommt in den Kryptomarkt mit hinein. Das heißt, ja, das Geld wechselt die Kryptowährung. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den du auf jeden Fall achten solltest. Hierzu kann ich natürlich kein komplettes Tutorial erstellen, denn das ist extrem situationsabhängig. Das Wichtige ist, dass man sich, wie gesagt, vorbereitet, dass man die wichtigen Indikatoren kennt. Deswegen habe ich das jetzt auch ganz kurz mal genannt. Schau auf die Market Cap, schau auf die Kryptowährungen, welche performen, welche nicht. Schau auf die Neuigkeiten, informiere dich da. Du musst auch Bescheid wissen bei deinen Projekten. Beispielsweise, wenn du in Solana investiert bist, dann musst du da auch wissen, gut, wie viel Potenzial hat die Kryptowährung. Was macht es so einzigartig? Warum pumpt die gerade durch? Und wann möchte ich die Kryptowährung beispielsweise verkaufen? Und hier gehe ich dann auch nochmal auf einen weiteren Themenschwerpunkt ein. Und zwar, wann ich denn BitTensor Tau verkaufen wollen würde und ob das überhaupt Sinn ergibt. Ansonsten werden wir das Kommentar mal weiter analysieren. Verschiedene Szenarien verkaufen geht nicht, da zu viele verkaufen wollen. Das ist eher weniger der Fall. Du wirst dich ja sehr, sehr wahrscheinlich auf Börsen aufhalten. Da ist es ja Angebot Nachfrage und dahingehend modifiziert sich natürlich auch der Preis. Das heißt, wenn du Solana zu 56 Dollar verkaufen möchtest, dann wirst du das eigentlich easy machen können. Insbesondere natürlich bei den Kryptowährungen hier auf den höheren Rängen. Und insbesondere bei einer Börse, die ein gutes Volumen hat. Und von daher solltest du da gar keine Probleme haben, die Kryptowährung auch gegen Dollar dann zu verkaufen. Das geht eigentlich alles recht easy. Genauso easy, wie es eben auch ist, die Kryptowährung zu kaufen. Das heißt, hier hingegen brauchst du eigentlich keine großen Sorgen haben. Aber wie gesagt, bitte informieren. Denn diese Nachricht mit Kenne mich null aus. Weiß nur, wie man auf Kaufen und Verkaufen klickt. Da läuten bei mir tatsächlich die Alarmglocken. Denn wir sind hier mit realem Geld drin. Wir sind hier keiner Simulation drin. Wir sind hier mit Kapital drin. Wir sind hier wahrscheinlich nicht mit wenig Kapital drin. Und auch 1000 Euro in einer Kryptowährung oder ein 1000 Euro Portfolio ist vielleicht in unserer Bubble, in der YouTube Bubble, in der Krypto Bubble nicht viel Geld. Aber real ist das wirklich viel Geld. Müssen wir so sagen, wie es ist. Damit kann man sich auch bei hoher Inflation, wenn man sich da etwas besinnt, sich selber ernähren, die Familie ernähren. Das heißt, da natürlich auch den Bezug nicht verlieren. Und man sollte das Geld auf jeden Fall wertschätzen, was man mit drin hat. Und daher wirklich bitte auch Research betreiben. Sehr wichtig. Und ansonsten auch nochmal hier die Thematik, wann weiß ich, wann ich verkaufen soll. Das weißt du eben nicht. Kein Mensch wird dir da helfen. Du bist hier wirklich auf dich alleine gestellt. Du kannst dir natürlich Meinungen einholen. Aber keiner wird dir jetzt sagen, hey Bitensor, bei 500 Dollar verkaufe. Oder jetzt verkaufe und steig dann hier und da wieder ein. Wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und genau deswegen habe ich auch dieses Video hier gebracht. Denn diese Kommentare habe ich nämlich auch schon vorher in meinen Videos gelesen. Also in den Kommentaren. Und auf Grundlage dessen habe ich natürlich auch das Video erstellt. Dann hat mich noch eine Frage erreicht. Wann würdest du denn bei Tao aussteigen bitte? Sind 600 bis 700 Dollar dieses Jahr möglich? Und in den vorherigen Videos bei Tao, wo die Kryptowährung noch bei 60, 80 und 120 US-Dollar war, meinte ich, gut, ein 5x von hier an ist noch möglich. Das heißt, bis 500 US-Dollar bei Tao halte ich nicht für wirklich unwahrscheinlich. Wenn wir mal schauen, die Market Cap ist bei 1,4 Milliarden US-Dollar. Ich vergleiche es ganz gerne mit Casper, also mit Casper mit K. Und wenn wir mal schauen, wo Casper aktuell ist, auf Rang 29 und mit einer Market Cap von 2,7 Milliarden US-Dollar. Weil wir haben die 3 Milliarden US-Dollar mit Casper tatsächlich auch erreicht gehabt. Und Casper ist für mich tatsächlich von daher ein bisschen der Bewertungsmaßstab für Bitensor, wie weit es denn gehen kann. Weil das beides Grund zu die Kryptowährung sind. Obwohl ich sagen muss, Bitensor sehe ich mehr Potenzial drin. Von daher kann ich mir auch vorstellen, gut, Bitensor kann auf die 500 US-Dollar auch dieses Jahr gehen. Wenn es bullish bleibt, wichtig, das ist natürlich von der Marktstruktur abhängig. Wir sehen ja, wie hoch das Volumen ist. Ja, also der Preis steigt nicht einfach so an. Wir haben ein recht knappes Gut bei Bitensor, deswegen können wir auch so gut ansteigen. Viele der Kryptowährungen sind im Staking. Warum? Weil die Staking-Rendite hier so hoch ist. Und das Volumen ist unglaublich. Wenn wir hier mal schauen, wir waren immer auf einem Billow-Volumen. Also wirklich bei 500.000 US-Dollar Volumen waren wir. Das ist wirklich nichts. Da war es wirklich eine Sensation, wenn wir fast die Millionen Volumen erreicht haben. Und jetzt sehen wir tatsächlich, wir sind bei 17 Millionen Volumen, bei 22 Millionen Volumen. Unglaublich. Und von daher hat Bitensor natürlich ein Anstiegspotenzial. Ich tue mich aber immer schwer mit diesen Preisen. 600, 700 US-Dollar und wenn wir dann diesen Preis erreicht haben, dann wollte man noch mehr und noch mehr. Also ich persönlich halte 500 US-Dollar noch für realistisch. Und da würde ich tatsächlich wirklich überlegen, eine Tranche zu verkaufen. Weil auch wenn Bitensor nicht wirklich überbewertet ist bei einer Market Cap von 3 Milliarden US-Dollar im Vergleich mit den anderen Kryptomarkt, kann es da natürlich auch nochmal gut sein, dass wir korrigieren. Und ich sage mal so, ein 10x mitzunehmen, das ist auf gar keinen Fall verkehrt. Und da würde ich beispielsweise eine Tranche rausnehmen. Nicht viel, aber das Initial-Invest rausnehmen. Bei einem 10x beispielsweise 20%. Und da ist man eigentlich schon gut bedient. Vielleicht sogar noch mehr als das Initial-Invest rausnehmen. 10% reicht da ja eigentlich auch schon. Aber hier kann man schon mal Gewinne realisieren. Die Sache ist aber, 600, 700 US-Dollar finde ich etwas zu hoch gesteckt. Also wir müssen jetzt nicht überbieten. Wir sind ja bei keiner Auktion. Ich habe tatsächlich auch überlegt und den Markt analysiert. Und wo wir die 300 US-Dollar geknackt haben, das war ja genau bei dem Video hier, habe ich im Nachhinein nicht mehr die Charts verfolgt und habe mir überlegt, gut, 300 US-Dollar, das sind Anstiege. Das ist ein 6x vom kurzen Boden, vom 15. Oktober, vom 19. Oktober. Und da habe ich auch schon überlegt, gut, realisierst du 10%, 20% einfach jetzt schon mal, um irgendwo ein bisschen Liquidität rauszunehmen, um Geld zu realisieren. Da habe ich tatsächlich wirklich mir schon Gedanken gemacht. Denn wenn wir das rational betrachten, ein 6x innerhalb von einer kurzen Zeit, das ist stark. Und dann habe ich auf den Preischart hier geschaut und da sieht man natürlich gut, viele haben sich das tatsächlich auch gedacht. Gut, 300 US-Dollar ist eine wirklich, wirklich krasse Marke und da wurde die Kryptowährung erstmal ein bisschen stärker abgestraft. Somit hätten wir die Frage, denke ich mal, auch ganz gut beantwortet. Denn diese Frage kam tatsächlich auch nochmal in ähnlicher Ausführung, hier auch in Bezug auf Kaspar. Und zwar, was denkst du, wann Kaspar sein All-Time-High erreicht, beziehungsweise wie hoch kann Kaspar gehen? Habe vor kurzem erst akkumuliert in die beiden Kryptowährungen. Noch lohnt es sich nicht zu verkaufen, außerdem sind die Coins ja auch nicht steuerfrei. Dann kam aber auch noch die Frage, hey, wenn Tao angenommen auf 500 Dollar steigt, würdest du dann verkaufen, auch wenn sie noch nicht steuerfrei sind? Und das mit der Steuerfreiheit ist natürlich so eine Thematik, denn die Gewinne zu realisieren, das ist ja erstmal gar nicht verkehrt. Das sollte man tatsächlich auch machen, aber das Problem ist, die Steuern zu bezahlen, kommt natürlich auf die Einkommenssteuer an. Wenn man 20, 25 Prozent hat circa, dann ist es eigentlich easy. Wenn man dann einen Spitzensteuersatz hat von 45 Prozent oder fast 50 Prozent, dann ist das Ganze schon etwas kritisch, weil somit minimiert man einfach seine Gewinnchancen. Von daher ist es natürlich auch eine Thematik, die wirklich wichtig ist und wo man natürlich auch immer selber schauen muss, wie man das am besten macht. Das war tatsächlich auch ein Grund, warum ich bei 300 US-Dollar nicht sofort verkauft habe. Aber ich überlege wirklich, wenn wir die 500 US-Dollar erreichen, dann würde ich tatsächlich auch schon mal einen Invest rausnehmen, auch wenn ich darauf Steuern bezahlen muss. Wichtig, das kann ich jetzt noch nicht zu 100 Prozent sagen, wenn die Situation da ist, dann kann ich euch da auf jeden Fall Bescheid geben, denn auf dem Kanal findet ihr natürlich auch der Transparenz halber die Informationen. Ja, beispielsweise, wann ich in welche Kryptowährung einsteige, hier habe ich auch Tao thematisiert, wo wir bei 50 Dollar waren, beziehungsweise etwas unter 50 Dollar. Und falls ich Kryptowährung verkaufe, dann werdet ihr das tatsächlich auch mitbekommen. Und ansonsten gab es noch ein weiteres Kommentar und zwar, ich hätte ja erwartet, dass man mit Teilverkäufen seine Ausstiegsquote verbessern kann, ähnlich wie Dollar Cost Average beim Einstieg. Ja, das heißt, dass man wie beim Dollar Cost Average eben nur im Verkaufssinne bei dieser Tranche etwas verkauft, dann bei dem anderen Preisziel wieder etwas verkauft. Da meinte ich hundertprozentig Yes, weil das natürlich auch eine super Option ist und meiner Meinung nach natürlich auch die beste. Es werden immer Stück für Stück Teilgewinne realisiert, das ergibt auf jeden Fall Sinn, aber somit minimiert man natürlich auch die möglichen 10x, 20x, 30x, 40x Gewinne. Und wenn man das dann im Großen und Ganzen betrachtet, dann hat man sehr, sehr wahrscheinlich die Kryptowährung auch ordentlich abgestoßen, aber vielleicht nicht das hundertprozentige des Potenzials realisiert, was aber gar kein Problem ist, weil lieber hast du das Geld realisiert als gar nie. Und da die Frage sich thematisch sehr, sehr gut eingegliedert hat, wirst du deinen Bitcoin-Bestand im Bullrun verkaufen? Da wir mehr Millionäre haben als Bitcoin, denke ich, dass alles aufgekauft wird oder liege ich da falsch? Und ja, das ergibt tatsächlich auch Sinn. Bitcoin ist ein Hab und Gut, was sich nicht jeder leisten kann, beziehungsweise natürlich auch in Zukunft sich nicht jeder leisten wird. Es gibt mehr Millionäre, als es Bitcoin gibt. Das ist das Coole an der Umlaufversorgung des Bitcoins, wenn wir nicht mal schauen, wir haben lediglich 21 Millionen Bitcoin, die es jemals geben wird. Aktuell sind es eben 19,5 Millionen Bitcoin und da sind tatsächlich auch einige verloren gegangen und da gibt es natürlich auch mehr Millionäre. Das heißt, faktisch kann nicht jeder Millionär einen Bitcoin besitzen. Klar, der Preis, eigentlich sollte es möglich sein, aber nicht jeder Millionär besitzt einen Bitcoin und von daher ist das wirklich cool. Auch besonders in der Theorie und insbesondere, wenn wir denken, gut, wenn dieser Bullrun dann nochmal ordentlich performen wird. Wir können davon ausgehen, je mehr Geld in den Bitcoin reinfließt, desto weniger volatil wird das Ding. Das hatte ich auch in meiner Bachelorarbeit thematisiert tatsächlich, war auf jeden Fall auch ein Argument für den Bitcoin gegen die Volatilität. Von da an können wir uns vorstellen, gut, wenn Bitcoin, nehmen wir jetzt einfach mal als provisorisches Beispiel, 150.000 Dollar im Bullrun erreicht, dann heißt es natürlich nicht, dass wir jemals die 40.000 Dollar nochmal erreichen, dann kann es tatsächlich auch sein, dass die Schwankungen einfach weniger werden, dass die Kryptowährung nicht mehr so stark nach oben pumpt, aber auch nicht mehr so stark abgestraft wird und von da an würde ich auch nie die 100%igen Bitcoin verkaufen. Bitcoin ist für mich generell eher ein Sicherheitsinvestment, einfach, dass man sich irgendwo absichert, Rente beispielsweise. Und daher würde ich Bitcoin auch nie voll verkaufen, auf gar keinen Fall ein paar Gewinne realisieren, klar. Aber wer sagt uns, dass Bitcoin nochmal unglaublich stark korrigieren wird, das ist natürlich immer so eine Sache. Von daher, Bitcoin wäre tatsächlich eine Kryptowährung, die ich niemals zu 100% abstoßen werde. Und da sind FAQs auch nochmal ein paar Cointracking-Fragen. Und zwar Hallo hätte eine Frage, wo kann ich die CSV-Datei bei Bitcat finden oder gibt es nur die API? Bei Bitcat selber bin ich natürlich nicht, aber das Coole ist, bei Cointracking gibt es da immer sehr, sehr viele Informationen dazu. Also eigentlich fast schon alles recht selbsterklärend. Ich zeige es aber trotzdem nochmal gerne, wir gehen auf Coins eintragen. Da haben wir die Möglichkeit, manuell einzutragen, das mache ich auch sehr gerne. Aber die Börsen-Imports sind natürlich alle recht easy. Wenn wir hier drauf gehen, sehen wir natürlich immens viele, ups, immens viele Börsen. Und da sehen wir, Bitcat ist aktuell in der Beta, das heißt, hier kann ab und zu mal was nicht funktionieren, aber sollte tatsächlich auch möglich sein, alles zu importieren. Und nach was wird hier gefragt? Nach der CSV-Datei bei Bitcat. Das heißt, wir gehen einfach nochmal auf Cointracking drauf, Coins eintragen, Börsen-Imports, CSV, gehen auf Bitcat und dann sehen wir, wir können hier draufklicken und hier findest du auch alle Informationen. Das heißt, CSV-Imports sollte gehen, Trades, Einzahlungen, Auszahlungen, Gebühren werden akzeptiert. Bei der API, Futures sollten ebenfalls möglich sein und Margin-Trades auch. Besser ist es hier immer beides zu machen, damit alles abgedeckt wird. Aber bei CSV-Import, das geht natürlich auch und hier können wir verschiedene CSV-Dateien einsenden. Spot-Record, Leverage-History und Futures-Record. Spot-Record, da siehst du tatsächlich auch dann die ganzen Schritte, beispielsweise geht zu Assets, bei Bitcat, Financial-Record. Klicke auf Daten exportieren, lade CSV-Datei herunter. Das heißt, du wirst hier wirklich Stück für Stück durchgeführt. Ich habe hier mal alles geöffnet und ansonsten solltest du einfach bei Cointracking zu Bitcat-Import gehen, CSV-Import, die Sachen aufklappen, findest alle Informationen und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Und eine weitere Frage bezüglich des Tradings, hey, werden Scalping, Krypto-Trading-Gewinne in Einkommenssteuer zugerechnet oder in der Kapitalertragssteuer? Bitte um Hilfe. Und da Scalping im Futures-Markt geschehen oder passieren sollte, dann wird nicht die Einkommenssteuer fällig, weil Einkommenssteuer ist für Spot-Trading, sondern die Kapitalertragssteuer. Das ist natürlich zumindest mein Stand der Dinge, mein Wissen, wenn du hier hundertprozentig sicher gehen möchtest, Steuerberater fragen oder nochmal ganz genau recherchieren, aber so sollte es tatsächlich auch der Fall sein. Und falls du dein Portfolio noch nicht ordentlich getrackt hast, dein Dollar-Cost-Averaging beispielsweise hier noch nicht gesehen hast oder gar nicht weißt, mit wie viel Prozent du aktuell im Plus bist mit den Kryptowährungen, dann empfehle ich dir wirklich Cointracking, denn hiermit kannst du nämlich nicht nur dein Portfolio tracken, sondern tatsächlich auch ein Steuer-Report erstellen, auch immens wichtig, denn das Finanzamt ist da wirklich hinterher und genau deswegen habe ich es mir auch zur Aufgabe gemacht, hier auch den Mehrwert und die Information zu bringen, eine komplette Playlist, Schritt für Schritt zum Steuer-Report, professionelle Hilfe und einen kostenlosen Plan gibt es tatsächlich auch noch, kann sie dir auch noch anschauen und falls noch nicht alle Fragen beantwortet wurden, gerne auch diese FAQ hier abchecken, habe ich sehr, sehr viele Videos hier drin. Plus mit dem Link unten in der Beschreibung bekommst du nochmal 10% lebenslang auf jedes einzelne Paket. Aber somit war es das auch von meinem Part, ich hoffe, dass du auch heute einen Mehrwert mitbekommen konntest. Morgen, vorzugsweise, beziehungsweise auf jeden Fall noch diese Woche, kommt das Casper-Video mit C, die komplette Vorstellung der Deep Dive, da bin ich auch gerade am vorbereiten und dann würde ich auch schon sagen, das war es von meinem Part, check gerne Cointracking ab, lass gerne ein Abo da und dann würde ich auch sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Peace out! Jubel